Yo, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habt ihr es schon in der Videobeschreibung gelesen. Heute soll es um Massiv gehen, denn heute um 22 Uhr, nicht um 0 Uhr, sondern um 22 Uhr released er einen neuen Song. Das Ganze heißt Betonmischer. Ja, wie gesagt, ich stelle euch den Song auf jeden Fall vor. Zwei Parts würde ich euch auf jeden Fall mal einspielen. Eine kleine Hörprobe vom Lied. Heute um 22 Uhr kommt das Musikvideo auf jeden Fall auf YouTube. Ja, ich denke mal ab 22 Uhr oder ab 0 Uhr könnt ihr das Ganze dann auch auf Spotify streamen. Ja, Freunde. Ich würde auch nicht länger dran rumfackeln. Ich würde einfach mal, ja, euch zwar in zwei Parts reinhören lassen. Das ist meine Stimme ohne Autotune, ihr Dorfrapper. Schon ein geiler Part auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir hören noch in den Refrain oder so rein. Eine Minute dreißig sollte es in etwa sein. Also, der Song geht auf jeden Fall auch 3 Minuten 30, finde ich positiv. Genauso wie UFO sein Song, der heute kommen wird. Das kann man auf jeden Fall schon positiv hervorheben, denn die meisten Songs gehen nur noch 2 Minuten 30, um natürlich die Streaming-Zahlen zu erhöhen. Ja, ist halt so. Was soll man da dran ändern? Ja, Freunde, wie gesagt, mehr möchte ich euch auch gar nicht zeigen. Das Ganze kommt natürlich ab 22 Uhr heute sowieso online und streamt das Ganze, gönnt euch das YouTube-Musik-Video massiv. Auf jeden Fall ein stabiles Lied. Der fickt auf jeden Fall gerade gut die Szene, finde ich. Wie gesagt, das war es auch schon mit dem Video. Ich wollte euch nur den Song kurz vorstellen, eine kleine Hörprobe gönnen und in diesem Sinne, Peace, bis zum nächsten Video.